Musik Herzlich Willkommen bei KBO. Mein Name ist Calvin Blessinger-Basee und heute wird der Mexikaner euch zeigen was er drauf hat. Steven aus Amerika ist heute bei mir. Steven Kauf, Kauf, Kauf! Ich bin froh, dich zu haben und heute will ich einige Mexikaner sehen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Lass es machen. Lass es gehen, meine Freunde. Mein Name ist Steven Torres und ich werde heute den Mexikanern zeigen, was ich drauf habe. Okay, etwas Konzentration. Oh, nicht schlecht. No way. Was sagst du über diese Runde? No comment. No comment. Let's go. Okay. Okay. Stevie, 5 von 5. Let's get it. Power. Mexikan Power. Oh, Stevie. Last Ball. Let's see how you do under pressure. Yeah. Bomba class. Bomba class, Steven. What do you think about this round? It was okay, it was okay. Okay, last round. Last round. Okay, let's see how you doing under pressure. Okay, it's today. Give him a name to remember. Hey. Let's see how you doing under pressure. Let's see how you doing under pressure. Let's see how you doing under pressure. A moment can live on forever. Okay. Now warm up. Let's see how you doing under pressure. Challenge 2. Are you ready for challenge 2, Stevie? I'm ready. Volley. Let's go. One. Let's go. Steve, come. Oh, yes, sir. Steve. Oh, yeah. Oh, yeah. What do you think? First round. Two out of four is okay. It's okay. Last round. Are you ready? I'm ready. Let's get it. Let's get it. Two out of four is okay. Let's go. Oh, yeah. Oh, yes, sir. Oh! Steve. Fire. Oh, Mo. Zu stark. Last round on the stage is okay, it's okay. Kleine Pause. Ich hab ganz vergessen, zu sagen im Video, checkt auf jeden Fall Eleven Team Spart Osnabriff ab. Mein Partner, mein Partner des Vertrauens, wenn ihr Schuhe braucht oder sonst irgendwas, das ist mein Lieblingspartner, deswegen checkt ihr gerne ab in Osnabrück, da könnt ihr die besten Sachen herbekommen und ja, peace out. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komme, komme an die Kamera, komme an die Kamera, komme an die Kamera, wer ist der beste? Wer ist der beste, Steven, komme das. Der beste der Welt ist Cristiano Ronaldo. Steven, so easy. Aber es war eine gute Runde, aber jetzt bekommst du einen afrikanischen Arschschuss. Ich zeige euch mal. Okay. Jetzt kriegt Steven auf gute Art und deutsche Art und Weise Arschschuss. Das ist mexikanische Arsch, Jesus. Mist, Alter. Mist. Mo, Mo. 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 Das ist so schön. Hey, Leute, du hast einen. Du hast einen, du hast einen. Kommt wo auch wo. Meine lieben Leute, ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Steven, Mo. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mo, wie fandest du's? Gut. Steven, hast du Spaß gemacht? Ja, es war toll. Danke, dass du mich hier hast. Danke, dass du dich hier hast, Mo. Und meine lieben Leute, danke 11 Team Flot für die geile Location wie immer. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Mo und Steven auf Instagram verlinke ich auch. Wenn ihr mal einen guten Torwart braucht, Mo ist auf jeden Fall immer da. Und Steven sowieso. Und dann, wie auch immer allergtuig. Und dann, wie auch immer. Ich habe ganz gut gemacht. Vielen Dank.